Guten Tag zum Dschungelcamp-Finale. Der Held des Tages. Helena ist ausgezogen. Wenigstens zum Abschluss springt sie über ihren Schatten. Sophia, von dir bin ich am allermeisten enttäuscht. Als ob. Helena hat bis zum Schluss nochmal gezeigt, warum sie so extrem wichtig war. Mein Benehmen war für mich okay. Für uns auch. Ich habe sechs Jahre für RTL gearbeitet. Auch Beate von Schwiegertochter gesucht arbeitet für RTL. Und zwar schon länger als du. Sophia, dir gönne ich's nicht. Ja! Ding Dong, die Hex ist tot. Danke RTL, das waren super investierte 65.000 Euro. Die Dschungelprüfung. Sophia, Thorsten und Menderes mussten in Einzelprüfung das Abendessen erspielen. Thorsten musste durch ein Horrortunnel systemen. Das sind Fleischabfälle. Das ist nicht Helena Fürst. Die wartet als Entboss im letzten Tunnel. Terminator! Ich weiß jetzt, wo meine Grenzen sind. Ich habe keine. Manier! Helena lacht gerade laut. Sein Best-of ist im Übrigen relativ überschaubar. Kasala! 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 Sophia hatte die Wahl, entweder was leckeres Essen oder trinken oder einen Stern fürs Team erspielen. Ein Glas Chardonnay. Besteht die Gefahr, dass ein anderer Camper ins Bild springt und das Glas exzt? Nein! Sophia, hast du auch sowas schnittiges wie Kasala? Was? Ich könnte explodieren! Äh, wir melden uns. Menderes Prüfung hieß Ricky. Ich bin stecken, ich kann es sagen. Er wurde mit 40 Schlangen eingesperrt. Er blieb super entspannt beim Votingaufruf, hat er nochmal gezeigt, warum er König werden muss. Wer wird Dschungelkönig? Ich würde mir wünschen, ja, dass ich das Zepter und die Krone erreichen kann. Ich würde das niemals für möglich gehalten, dass ihr hinter dieser Hülle, dass ihr wirklich erkennt, dass da auch ein Charakter dahinter steckt. Hallo liebe Leute, ich hoffe euch allen geht's gut. Alle wollen was und er fragt uns, wie es uns geht. Eins, zwei, drei. Menderes! Glückwunsch, alles richtig gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich bei all den Zuschauern, die für mich zahlreich angerufen haben. Und es ist ein tolles Gefühl, dass man jetzt hier gewonnen hat, weil ich bisher noch nie was gewonnen habe. Das hier ist so ein Symbolbild. Blume in der einen Hand, in der anderen der Vagina. Hier auf meinem Kanal geht's jetzt nämlich mit dem Bachelor weiter. Bauer sucht Frau, Frau und Tau, Schwiegertochter gesucht. Und in neun Monaten geht's schon wieder weiter mit den Dschungelchecks. Das halten wir nur zusammen durch. Danke fürs Reinklicken in die Dschungelcamp-Videos und fürs Kommentieren, es hat sauviel Spaß gemacht. Wenn's euch auch Spaß gemacht hat und wenn Menderes zu Recht der Dschungelkönig ist, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Hier gibt's nochmal die komplette Playlist mit allen Highlights. Infos zum Campgips bei StarsOnTV, Link in der Beschreibung. Ciao!